Chor der verlassenen Dinge Krug im Schutt War ich der Krug, daraus der Abend floß wie Wein, Und manchmal ein gefangener Mond zum Rosenstock. Die Sterbenacht der Geisin fing ich ein, Als schon ihr Atem keuchte, Wie die Geiß am Flock. O Krüge, Krüge, In ein Abschiedsmaß gezwängt Ist, was wir halten, rinnende Natur. Wir sind wie Herzen draus es weiter dringt Und Stille steht wie Zeit in einer Uhr. Ein halb verbranntes Licht O Schattenspiegel mein, ich sah in dir, Ich sah die Hand aus Grabesstaub, Die sich an einem Stern verging, Die Zeit in ihrer Sterbewiege schrie, Ich sah Israels Mund in Qual, Gebogen wie ein Ring. Ein Schuh Verlorenes Menschenmaß, ich bin die Einsamkeit, Die ihr Geschwister sucht auf dieser Welt. O Israel, von deiner Füße leid, Bin ich ein Echo, das zum Himmel gelt. Chor Wir aber sind, seitdem wir Erde waren, Getrieben schon von euch durch so viel Tod. Bist du ein Band, Gepflückt von toten Haaren, Geh ein zum Wunder, Werde Brot. Hier ist ein Buch, Darin die Welten kreisen, Und das Geheimnis flüstert hinter einem Spalt, Wirf es ins Feuer, Licht wird nicht verweisen, Und Asche schläft sich neu zur Sterngestalt. Und tragen wir der Menschenhände Siegel Und ihre Augenblicke eingesenkt wie Raub, So lest uns wie verkehrte Schrift im Spiegel, Erst totes Ding Und dann den Menschenstaub. Chor der verlassenen Dinge Verlassen sind die Dinge von den Menschen, Denen sie gehörten. Im Verlauf des Gedichtes werden wir den Hinweis erhalten, Um wessen Hinterlassenschaften es sich handelt. Krug im Schutt War ich der Krug, Daraus der Abend floss wie Wein? Wenn, dann schon eher umgekehrt. Abends floss vielleicht der Wein aus dem Krug. Und manchmal ein gefangener Mond am Rosenstock? In dem Sinne sind der Abend und der gefangene Mond aus dem Krug geflossen, Als daß ein Krug mit Wein dem Abend seine Geselligkeit und Stimmung verleiht. Wir stellen uns eine Runde vor, Wie sie im Mondschein in der Nähe eines Rosenstocks sitzt. Die Sterbenacht der Greisin fing ich ein, Denn er mag auch mit Wasser gefüllt am Sterbebett gestanden haben, Als schon ihr Atem keuchte wie die Geiß am Pflock. Dieser Vergleich kann sich auf das Keuchen der Ziege, Wenn das Seil am Hals gespannt ist, beziehen Und gleichzeitig auf die Enge des Lebensradius, Der der Greisin noch bleibt. O Krüge, Krüge, In ein Abschiedsmaß gezwängt ist, Was wir halten, Rinnende Natur. Ob Wein, ob Wasser, Der Krug wird hier zum Sinnbild dessen, Daß etwas bemessen ist, So wie Lebenszeit bemessen ist. Wir sind wie Herzen, Drauß es weiter drängt, Und Stille steht wie Zeit in einer Uhr. Wein oder Wasser stehen still im Krug Und drängen gleichzeitig aus ihm heraus. Die Zeit drängt aus der Uhr hinaus Und steht gleichzeitig in ihr still. Das sind nicht unbedingt restlos auflösbare Gedanken, Ebenso wenig, Daß das Leben gleichzeitig aus dem Herz heraus drängen Und in ihm still stehen soll. Aber es sind Paradoxe von faszinierendem Klang. Ein halb verbranntes Licht, Gemeint ist eine zur Hälfte abgebrannte Kerze. O Schattenspiegel mein, Ich sah in dir, ich sah. Das Licht blickt also in seinen eigenen Schatten Und sieht sich selbst darin Und noch etwas anderes. Die Hand aus Grabesstaub, Die sich an einem Stern verging. Das Bild ist wohl nicht ganz auflösbar. Ist es eine Anspielung auf den Davidsstern? Aber auch hier geht es wohl mehr darum, Requisiten ins Spiel zu bringen Und ein Bühnenbild zu erzeugen. Die Zeit in ihrer Sterbewiege schrie. Eine Wiege ist einem Neugeborenen vorbehalten. Auch dieses Paradox ist nicht auflösbar, Bringt aber Tod, Zeit und Leid In einen Zusammenhang, Der dann auch konkret benannt wird. Ich sah Israels Mund in Qual, Gebogen wie ein Ring. Das Volk Israel in der Vernichtungsqual Erhält hier einen zum O geöffneten Mund. Dass dieser wie ein Ring gebogen ist, Mag eine bittere Anspielung Auf die Ringparabel sein. Einer der drei Ringe, Für die die drei Religionen Christentum, Islam und Judentum In der Parabel stehen, Die Nathan der Weise erzählt, Ist in entsetzlichem Leid gebogen. Ein Schuh. Verlorenes Menschenmaß, Ich bin die Einsamkeit, Die ihr Geschwister sucht auf dieser Welt. Es gibt nichts Verloreneres, Einsameres als einen einzelnen Schuh. Geschwister, hier im Singular zu verstehen, Ist der andere Schuh, Der nie mehr das Paar vervollständigen wird. Vor allem aber ist der Mensch, Dem dieses Paar Schuhe Einmal seinem Menschenmaß In richtiger Schuhgröße angemessen waren, Verloren. O Israel, von deiner Füße leid, Bin ich ein Echo, Das zum Himmel gelt. Füße sind es, Die die Juden auf ihrem Leidensweg getragen haben, Und der übrige Schuh, Der wie ein Echo leblos den Fuß Quasi noch imitiert, Schreit es heraus. Chor Wir aber sind, seitdem wir Erde waren, Getrieben von Euch durch so viel Tod. Alle Dinge, die Menschen schaffen, Sind irgendwann einmal Erde gewesen. Die Transformation der Materie Schließt immer wieder ein Sterben ein, Doch der Tod, den diese Dinge hier bezeugen, Ist der ihrer Besitzer. Bist Du ein Band gepflückt von toten Haaren, Geh ein zum Wunder, Werde Brot. Ist Dein Haarband gemeint? Soll auch dies wieder zu Erde werden Und daraus Brot entstehen? Wir wollen das nicht weiter hinterfragen. Hier ist ein Buch, Darin die Welten kreisen, Und das Geheimnis flüstert hinter einem Spalt. Diese Verse sind tatsächlich Ein geheimnisvolles Raunen. Wir wollen es als Hinweis darauf lesen, Dass keine Asche endgültig vergeht Und dass immer etwas Neues daraus entsteht. Dieser Kreislauf der Materie Ist allerdings kein Kreislauf Der menschlichen Individuen, Wie uns an dieser Stelle schmerzlich bewußt wird. Aber es ist ja auch ein Chor, Der Dinge. Und tragen wir der Menschenhände Siegel Und ihre Augenblicke eingesenkt wie Raub. Die Dinge wurden von vielen Händen berührt Und von vielen Augen angeschaut. Davon tragen die Dinge noch Abdrücke, Also Siegel, Und die Blicke, die sie trafen, Scheinen wie Diebesgut in ihnen noch gehortet. So lest uns wie verkehrte Schrift im Spiegel Erst totes Ding Und dann den Menschenstaub. Die toten Dinge, Sie sind ja unbelebt, Erinnern also an die Menschen, Denen sie gehörten, Und die ihrerseits zu Unbelebtem Zu Staub wurden. Die verkehrte Schrift mag sich also darauf beziehen, Dass die toten Dinge Einmal wieder Eingang in Leben finden können, So wie umgekehrt die Menschen, Denen sie gehörten, Eingang in den Tod fanden. Untertitelung des ZDF, Oder Sir. Untertitelung des ZDF, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.